Herzlich willkommen im Ruhrlandesgericht Köln. Wir freuen uns, euch dieses wunderschöne Gericht heute vorstellen zu dürfen. Ja, abgesehen von der Schönheit dieses Gebäudes ist es auch ein Ort für Vielfalt und für Miteinander. Das stimmt, hier arbeiten nämlich über 650 Mitarbeitende aus sieben verschiedenen Behörden unter einem Dach. Dementsprechend haben wir jeden Tag eine hohe Anzahl an Besucher. Und die stehen nicht selten staunt in unserem wunderschönen Treppenhaus. Ja, das einfach eine ganz tolle Atmosphäre vermittelt und indem man regelmäßig neue Details entdeckt, wie zum Beispiel diese wunderschönen Eulen der Weisheit, die in die Geländer eingearbeitet sind. Genau, richtig. Deswegen ist es auch ein toller Ort für Events, für Veranstaltungen und für Theateraufführungen. Ja, es ist ein Ort, an dem nicht nur Rechtswissenschaft stattfindet und Recht besprochen wird, sondern auch der Begegnung und des Miteinanders. Wir sind davon überzeugt, dass wir das schönste Gerichtsgebäude in NRW haben. Wenn ihr auch dafür seid, dann stimmt für uns ab. Ja, da würden wir uns total freuen. Ja, da würden wir uns ab. Ja, da würden wir uns ab. Ja, da würden wir uns ab. Ja. Ja, da würden wir uns ab. Ja, da würden wir uns ab. Ja, da würden wir uns ab. Ja. Ja, da würden wir uns ab. Ja, da würden wir uns ab. Ja, da würden wir uns ab. Ja.